Hallo, ich bin Uli Mohr und bin Winzer im Winzerverein Mörsburg in der vierten Generation. Unsere Winzergenossenschaft wurde 1884 gegründet. Die fünfte Generation steht in den Stadtlecher. In unserem Betrieb bauen wir an, das ist der Müllwörthurgau, Hauptanbau-Sorte am Bodensee. Dann kommt Grauburgunder, Weissburgunder und Spätburgunder und wir selber haben auch den Bachhaus dabei, unser Steckepferd. Mein Favorit ist der Bachhaus. Ich war der erste Anbauer im Winzerverein und es ist ein reiner Bouquetwein. Ich bin froh, dass ich ein Teil des Winzervereins Mörsburg bin.